Bevor ich vorgestellt werde, kann ich ja vielleicht schon mal eine kleine Anekdote erzählen, bis Sie ja alle ihren Stuhl gefunden haben. Das erste Mal, dass ich einen Vortrag in Wien gehalten habe, das war irgendwann im letzten Jahrhundert, Anfang der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre, ein Vortrag im Wiener Rathaus mit dem Titel Wie die Menschen schwarz, rot, gelb und weiß wurden. Und da hat sich schon nach ganz kurzer Zeit eine merkliche Unruhe ausgebreitet bei den Zuhörenden und eine couragierte Dame wollte dann von mir wissen, wann ich denn endlich zum Thema käme. Sie hat nämlich einen naturwissenschaftlichen Vortrag erwartet. Und als ich dann gesagt habe, das wäre alles ganz anders und der Begriff würde jetzt irgendwie dekonstruiert und die, die auch lieber was Naturwissenschaftliches hören wollten, sollten dann doch lieber jetzt gleich gehen. Da sind echt ein Drittel, ungefähr ein Drittel der Anwesenden raus. Also ich könnte meinen Vortrag ein bisschen ändern und dann haben wir den Effekt wieder. Ja, das wäre jetzt nicht das Problem. Ja, dann herzlich willkommen zur IPB Lecture. Heute mit Wulf D. Hund, der sich schon fast ein bisschen selbst vorgestellt hat mit der ersten Anekdote. Mein Name ist Benjamin Obratow, ich bin Projektmitarbeiter hier am Institut für Politikwissenschaft und habe gemeinsam mit Fanny Müller-Uri, hier zu meiner Rechten, hatten wir die Idee, Professor Wulf Hund einzuladen von der Uni Hamburg. Er ist dort Professor für Soziologie und arbeitet seit geraumer Zeit, seit Anfang der 90er Jahre, zum Thema Rassismus, Rassismusanalyse. Hat da ganz wichtige Arbeiten vorgelegt in den letzten 20, 30 Jahren inzwischen. Und die Idee war eben... Nicht ganz 30. Nicht ganz 30. Und die Idee war, ihn hier nach Wien einzuladen, um über Bohr mit Nachkund ohne Rassen und ein mögliches neues Paradigmen der Rassismusanalyse zu sprechen. Er wird das Ganze als Vortrag halten, wobei Wulf meinte, er würde das immer wieder zwischendurch auflockern, Fragen, Kritikpunkte, heftigen Widerspruch oder Beifall zulassen, sodass das dann nicht in einem Block von 45 Minuten passiert, sondern eher ein bisschen aufgelockert. Danach haben wir dann Gelegenheit, nochmal konzentrierter gemeinsam zu diskutieren. Fanny hat auch ein paar Kommentare oder Fragen vorbereitet, die wir dann mit reinholen wollen. Und so haben wir uns das vorgestellt. Vielleicht ganz kurz noch eine Information. Wulf Hunt hat in den letzten Jahren, ich glaube seit 2010, gibt er eine Buchreihe raus, Racism Analysis. Das jüngste ist hier gerade in meiner Hand, gerade erschienen zu Colonial Advertising and Commodity Racism. Ansonsten gibt es höchst empfehlenswerte Bücher, eins beim Verlag des Fetisches Dampf, wo das schien eine negative Vergesellschaftung und ein Einführungsbuch im Transkript Verlag mit dem Titel Rassismus. Ich habe, das hat Benjamin ja schon angekündigt, das wahrscheinlich auch missverstanden, was so eine normale IPW-Lecture ist. Ich habe jedenfalls meinen Vortrag eher rhapsodisch aufgebaut. Das hat den Nachteil natürlich, dass er nicht unbedingt systematisch ist, aber Systematik kann man ohnehin besser nachlesen. Und dazu gibt es einige Arbeiten. Es hat aber den Vorteil, dass ich Sie zur Intervention auffordern kann. Also wann immer Sie wollen, Fragen, Kritisieren oder Schärferes, sind Sie herzlich eingeladen, mich zu unterbrechen. Ich habe damit keine Probleme. Rhapsodischer Aufbau heißt, dass ich Ihnen zunächst eine kleine Geschichte aus dem wissenschaftlichen Alltagsleben erzähle. Anschließend habe ich vier Thesen formuliert. Dazu ist auch nur diese komische Wand da. Ich lese sie ohnehin vor, aber vielleicht kriegt man sie dann besser mit, wenn man sie mitlesen kann. Und anschließend möchte ich meine Position an einem Beispiel erläutern, wenn wir denn überhaupt noch so weit kommen. Die Thesen sind ja vielleicht dann auch schon spannend genug. Die Geschichte aus dem wissenschaftlichen Alltagsleben handelt von einer relativ langen Rezension, die ich kürzlich zu einem ziemlich umfangreichen Sammelband verfasst habe. Der heißt Race and Racism in Modern East Asia und ist herausgegeben worden von Walter Demel und Rotem Kona. Und einer der Mitherausgeber hat mich dann anschließend wissen lassen, dass er sich sehr freute, wie viel Mühe ich mir mit meiner Rezension gegeben habe, dass er aber B, aufgrund der von mir formulierten Kritik, jetzt erst einmal beleidigt wäre. Also, es war eine Mail von Walter Demel, wörtlich, ich bin jetzt erst einmal beleidigt. Beleidigt war er unter anderem, weil ich in meiner Rezension bemängelt habe, dass in diesem ganzen Band, der sich intensiv mit wechselseitigen Bildern, die sich Europäer und Ostasiaten über Jahrhunderte hinweg wechselseitig voneinander gemacht haben, ein Name vollständig fehlte und überhaupt nicht vorkam, nämlich der Name Max Weber. Nun ist der Name Max Weber, wenn man in der deutschen Soziologie das Thema Rassismus behandelt, in der Regel nicht auf der Agenda und wenn überhaupt, dann als Fehlanzeige. In der Regel wird davon ausgegangen, dass Max Weber Antirassist wäre oder gewesen wäre, und zwar deswegen, weil er auf dem ersten deutschen Soziologentag, das war 1910, einen Vortrag von Alfred Plötz über Rasse und Gesellschaft relativ massiv kritisiert hat. Tatsächlich ist das aber so, wenn Sie das nachlesen, das Protokoll ist ja gedruckt, dann werden Sie feststellen, dass er nicht die Rassentheorie kritisiert hat, sondern den schwammigen Umgang von Plötz mit dem Rassenbegriff und seine diskriminierenden Äußerungen insbesondere bezogen auf einen schwarzen amerikanischen Soziologen, nämlich Du Bois, den Weber kurz vorher auf seiner Amerika-Reise kennengelernt hatte und eingeladen hatte, einen Beitrag für das Archiv für Sozialwissenschaften zu schreiben. Also Weber war selber durchaus der Meinung, dass der Rassenbegriff legitim war. Er war nur der Auffassung, dass die Rassenwissenschaft noch nicht weit genug entwickelt wäre und ging davon aus, dass das in naher Zukunft wahrscheinlich der Fall sein würde und man dann mit dem Rassenbegriff solide arbeiten könnte. Das zeigte sich unter anderem auch daran, dass er zum Beispiel in seinen politischen Reden und Schriften überhaupt keine Probleme hatte, den Rassenbegriff zu verwenden. Das tat er vor allem in seinen Äußerungen im Hinblick auf die Notwendigkeit der Verteidigung des deutschen Ostens gegen die angeblich minderwertige slawische Rasse. Dazu gibt es wirklich derbe Äußerungen von ihm. Das Wichtigste aber ist, dass Weber für seine Soziologie auf den Rassenbegriff überhaupt nicht angewiesen war und dass er im Zentrum seines Werkes eine ganz kulturalistische Unterscheidung von Occident und Orient entwickelt hat. Wenn Sie diese Stellen nachlesen, ich weiß nicht, Weber-Seminare muss es ja hier ab und zu mal geben, oder? Religionssoziologie oder protestantische Ethik und was auch immer. Und wenn er dann loslegt und sagt, nur im Occident, nur im Occident hat es eine rationale Wissenschaft gegeben, nur im Occident gibt es Kultur im modernen Sinne des Wortes, nur im Occident haben sich tatsächliche Formen von Musik, Malerei und so weiter entfaltet. Vor allem ist auch nur im Occident eine rationale Form der Lebensführung entwickelt worden und zwar nicht nur von den bürgerlichen Klassen, sondern auch vom Proletariat, das Weber da mit einbezieht. Dann sieht man ziemlich deutlich, dass da ein kulturalistischer Dualismus entwickelt wird, bei dem es ein oben gibt und das ist der Westen und alles andere ist unten und das finden Sie in den religionssoziologischen Schriften auch alles wieder. In der angelsächsischen, vor allem in der amerikanischen Diskussion hat das Weber den Titel Godfather of Cultural Racism eingetragen. In der deutschen Diskussion müssen Sie da lange nach suchen, aber jedenfalls wird da von namhaften Beiträgern diskutiert, dass Weber möglicherweise der erste moderne kulturwissenschaftliche Rassist gewesen ist und zwar ein Rassist, der seine Überlegung ganz und gar ohne den Rassenbegriff aufgebaut hat. Um 1900, das ist also wirklich lange her und die Diskussion über Rassismus ohne Rassen könnte da sehr weit zurückgreifen. Meine Kritik ging dann weiter an diesem Buch, dass nämlich eine Auseinandersetzung mit Weber womöglich dazu geführt hätte, nicht zu einem engen Rassismusbegriff, wie die Herausgeber ihn verwenden, ins Zentrum der Arbeiten zu stellen, also einem Rassismusbegriff, der an den Rassenbegriff angelehnt ist, sondern den Elementen der Kultur wesentlich mehr Bedeutung zuzumessen. Auch das habe ich dann erläutert und das habe ich erläutert an einem Aufsatz von Walter Demel, dem besagten E-Mail-Schreiber, der in einem historischen Beitrag die Herausbildung der modernen Rassentheorie aufgezeigt hat und dabei unter anderem auch Immanuel Kant als Mitbegründer des modernen Rassismus und als Konstrukteur farbiger Menschenrassen gewidmet hat und unter anderem eben auch der gelben Rasse. Das ist durchaus zu Recht, wie ich finde, aber damit war dann eben auch Schluss in diesem Beitrag und was nicht gemacht wurde und nicht gezeigt wurde, ist, dass Kant noch sehr, sehr viel weiter geht. Er rechnet nämlich zum Beispiel Türken und Juden zur weißen Rasse, aber gleichzeitig spricht er beiden die Fähigkeit dieser weißen Rasse, das ist jetzt Kant, die Fähigkeit dieser weißen Rasse, das Menschsein zur Höhe zu entwickeln, zu der es überhaupt in der Lage ist, also Menschsein überhaupt erst vollständig zu entfalten. Diese Fähigkeit spricht Kant beiden ab und zwar, weil, wie er sagt, sie Orientalen sind. Und als Orientalen leben sie seiner Meinung nach entweder barbarisch wie die Türken oder sie leben als Vampire in ihren Gastgesellschaften wie die Juden. Das heißt, Kant, der auf der einen Seite tatsächlich an vorderster Front steht bei der Entwicklung der modernen Rassentheorie, argumentiert von Anfang an nie nur naturalistisch, sondern er argumentiert immer in einer Kombination von Naturbezogenheit und Kulturbezogenheit. Und es hilft dann bestimmten Gruppierungen überhaupt nichts, wenn sie von ihm der weißen Rasse zugeordnet werden, sondern sie können dann mit kulturalistischen Kriterien wie etwa dem des Orientalismus nach wie vor wieder ausgeschlossen werden aus dem, was eigentlich Weißsein ausmachen soll. Es gibt noch einen anderen witzigen Punkt in dem Zusammenhang, wenn sie in der deutschsprachigen Diskussion sich das angucken, da darf Kant ja sowieso nicht als Rassist bezeichnet werden, dann wird ihm in der Regel bescheinigt, dass er sich sehr große Mühe gegeben habe, naturwissenschaftlich sauber und exakt den Rassenbegriff zu definieren, als eine Einteilung von Gruppen, die in der Lage sind, sich miteinander fruchtbar vorzupflanzen. Das ist auch richtig, aber gleichzeitig ist richtig, dass Kant genau dieses Kriterium, Rassen sind Gruppen von Menschen, die untereinander fruchtbare Fortkommen hervor, Nachkommen hervorbringen können, dass er genau von diesem Kriterium sagt, es soll aber bitte nicht eintreten. Er ist nämlich gegen Rassenmischung. Rassenmischung ist nach Kants Meinung von übel und hat nur negative Folgen. Das heißt, hier wird die Entwicklung eines modernen, angeblich modernen Kriteriums zum Verständnis von Rassen gleichzeitig geflotet mit sehr viel älteren Diskriminierungszusammenhängen, in dem Fall dem Zusammenhang von Reinheit und Unreinheit. Rassenmischung ist für Kant Kontamination und sollte nicht stattfinden. Quintessenz der Geschichte, also in der Begründung der modernen Rassentheorie finden sich bereits frühere Muster rassistischer Diskriminierung wieder und Rassismus ist auch während der Geltungsdauer des Rassenbegriffes kulturalistisch. Und so viel zu dieser kleinen Geschichte, daran knüpfe ich mit meinen Thesen an. Wenn jemand irgendetwas sagen will, aber sie sagen nichts, weil sie schreiben. Die müssen ein Protokoll schreiben. Die müssen ein Protokoll schreiben. Ein paar schon. Warum jetzt das? Weil es sind fast du, die sind, wie wir das machen müssen. Ja, aber ich meine, macht das Sinn? Es gibt ein Video danach. Ja, aber Wissenschaft sozusagen mit solchen Zwangsandrohungen? Man kann sie auch auf die Lektorinnen abschieben. Naja, gut, dann können Sie natürlich nicht fragen. Vier Thesen. Die Thesen heißen in Kurzfassung. Erstens, Rassismus ist ein soziales Verhältnis. Zweitens, Rassismus ist nicht an den Rassenbegriff gebunden. Drittens, Rassen sind soziale Konstruktionen. Und viertens, der Rassenbegriff taugt nicht zur kritischen Kategorie. Ich fange mit der ersten These an. So, jetzt kann man die dann auch mitlesen. Ich lese sie aber trotzdem vor. Oder ich lese sie hier ab. Rassismus ist ein soziales Verhältnis, das die Vorstellung der Zusammengehörigkeit herrschaftlich differenzierter Klassen ermöglicht. Den Marx dahinter hören Sie hoffentlich raus. In dem es Ihnen homogenisierte Kollektive gegenüberstellt, im Vergleich zu denen noch das niedrigste Mitglied der eigenen Gruppe über dem ranghöchsten Mitglied der diskriminierten Gruppe steht. Ich versuche Ihnen die Funktion und Tragweite dieser These an einem Beispiel zu erläutern. Das mache ich dann mit den nächsten Thesen auch. In diesem Fall am Beispiel von Adam Smith. Adam Smith denkt im 18. Jahrhundert als Mitglied einer Gruppierung, die wir schottische Moralphilosophie nennen. Und die sehr viel zur Entwicklung des modernen Rassismus beigetragen hat. Da gibt es zum Beispiel William Robertson, der ganz intensiv damit beschäftigt war, die Einwohner Amerikas zu wilden, zu erklären. Das hatte gute Gründe, aber wenn ich über diese Gründe jetzt spreche, dann brauche ich den Rest der Zeit. Dann gibt es Adam Ferguson, dessen Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft sich damit befasst hat, unter anderem einen Zusammenhang von Rasse und Fortschritt herzustellen. Es gibt einen der großen Philosophen Englands, David Hume, der einen Zusammenhang von Fortschritt und Weißsein hergestellt hat. Und es gibt sogar einen Theoretiker, der Spekulationen anstellt über die Einheit des Menschengeschlechts und sich fragt, ob nicht Gott, der doch für alle Kontinente eigene Pflanzen und eigene Tiere geschaffen hätte, nicht auch unterschiedliche Menschenrassen für diese Kontinente geschaffen hätte. Das Problem ist, wenn Sie sich damit auseinandersetzen, und das sollten Sie tun, dann stellen Sie fest, dass Wissenschaft ja ein soziales System ist. Ein soziales System, das so funktioniert, dass Leute dafür, dass sie Wissenschaft betreiben, soziale Ehre und auch ökonomisches Kapital einspreichen. Es gab auch schon früher Ausleseprozesse, die waren jetzt nicht so viel harmloser, als die heute sind, im Hinblick darauf, wer zum Beispiel einen Lehrstuhl an einer Universität haben konnte, wer in bestimmten Zeitschriften schreiben durften und so weiter. Und wir reden jetzt von Leuten, die in diesem System an den höchsten Stellen sitzen, das heißt, die von ihren Zeitgenossen honoriert werden als die Spitzen der Wissenschaft. Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, damals bei diesen Diskussionen zu lachen. Das war ein anerkanntes System von Wissen. Das ist das Drama dabei. Und wenn wir jetzt herauskriegen wollen, wie das möglich war, gleichzeitig zu einem Zeitpunkt, wo ja nicht mal das Freiheitsdenken in Europa und nicht nur in Europa fortschreitet, dann müssen wir, glaube ich, ganz schnell über das Lachen hinauskommen und uns damit beschäftigen, nicht mal welche Gründe das haben kann, dass das als seriöse Wissenschaft galt und zwar lange Zeit auch so praktiziert werden konnte. Dass die Rassen abgeschafft wurden, das ist in Anführungszeichen noch gar nicht so lange her. In Wirklichkeit, es ist ja so, dass selbst die Vorstellung, dass man Rassen als soziale Konstruktionen... Sie sind nicht der Meinung, dass es noch so praktiziert wird? Ich wollte gerade sagen, selbst wenn man der Meinung ist, dass Rassen soziale Konstruktionen sind, dann ist das eine sehr prekäre Situation, die zwar von relativ vielen Leuten heute im Munde geführt werden, aber zum Beispiel, A, gibt es im Bereich der Wissenschaften, da können wir in der Medizin gucken, da können wir in der Genetik gucken und an anderen Stellen auch, eine Renaissance des Rassedenkens, wenn auch nicht immer mit diesem Begriff, B, kann man sogar an ganz merkwürdigen Stellen eine Wiederkehr des Rassebegriffs finden. Ich habe vor kurzem einen Aufsatz gelesen in einer Zeitschrift, die heißt Forum kritische Psychologie und die wird von einem marxistischen Verlag, nämlich dem Argument Verlag herausgegeben und da verteidigt ein Autor mit dem Namen Volker Schurig ganz massiv den biologischen Rassebegriff. Und dabei sind wir jetzt nur im Bereich begrifflicher Operationen und noch nicht im Bereich struktureller Ungleichheiten. Wir haben diese Auseinandersetzung, dass heute ein großer Teil in Sonderhause auch in den USA, in England und so weiter, aber auch in Deutschland, von durchaus ehrenwerten Beiträgern zum wissenschaftlichen Diskurs, der Meinung ist, wir befänden uns in einer Post-Race-Situation. Das heißt, der Rassebegriff hätte abgewirtschaftet, Rassenverhältnisse wären vorbei und so weiter und so fort. Ja, klar, ich wollte ja auch Ihnen das Lachen nicht verbieten. Wenn man nicht mehr lachen dürfte in der Wissenschaft, wäre das ganz scheußlich. Ich wollte Sie nur motivieren, das Lachen sozusagen als Treibsatz zu nutzen, um dann wirklich nachzugucken, wie war das möglich. Auch heute, das geht nicht mit des Kaisers neuen Kleidern. Auch heute können Sie Wissenschaft nicht dadurch desagruieren, dass Sie sie auslachen. Obwohl man es manchmal möchte. Wo war ich jetzt überhaupt... An welcher Stelle haben Sie ihn überhaupt gelacht? Ah, bei diesem schottischen Moralphilosophen, der der Meinung war, dass die Rassen womöglich in Wirklichkeit unterschiedliche Spezies sind. Das war Henry Holm, Lord Kames. Adam Smith, von dem ich aber eigentlich reden möchte, hat sich mit dem Rassenbegriff vergleichsweise wenig beschäftigt. Also er führt ihn nicht intensiv im Munde. Es ist nicht Gegenstand seiner Überlegung. Gegenstand seiner Überlegung ist die Kritik der bürgerlichen Gesellschaft. Und zwar eine Kritik der bürgerlichen Gesellschaft, die unglaublich offen und präzise ist, hinsichtlich vieler wichtiger Bereiche. Hinsichtlich der Sozialökonomie arbeitet er den Prozess der Ausbeutung und der Klassenbildung heraus. Hinsichtlich der Sozialphilosophie arbeitet er die Entfremdung und Verdinglichung moralischer Urteile in der bürgerlichen Gesellschaft heraus. Hinsichtlich der Sozialpolitik arbeitet er die Entstehung des Staates als, wie er sich ausdrückt, eines Instrumentes der Reichen zum Schutz vor den Armen heraus. Und so weiter. Es gibt unglaublich viele präzise, harte, kritische Ausführungen in seinen Überlegungen. Wenn es um die Arbeit und die Verteilung des Reichtums geht, nimmt er kein Wort, kein Wort vor den Mund, ist blöd ausgedrückt, aber ich meine Blatt, nimmt er kein Blatt vor den Mund und sagt, diejenigen in einer Gesellschaft oder in unserer Gesellschaft, die am meisten arbeiten, bekommen am wenigsten, beziehungsweise umgekehrt, die, die wenig oder gar nicht arbeiten, bekommen am meisten. Es gibt nicht so etwas wie eine gerechte oder gleiche Verteilung des Reichtums. Wenn er aber, und das ist das Entscheidende, das sind alles binnensoziale Diskussionen, mit denen er überwiegend beschäftigt ist, wenn er jetzt sich den Armen zuwendet und sagt, wie schätzt ihr eure Position in dieser Gesellschaft ein, dann nimmt er plötzlich einen dramatischen Methodenwechsel vor und der wird vielleicht am besten deutlich an einem Zitat, das ich Ihnen einfach einmal vorlese. Observe in what manner a common day-laborer in Britain is accommodated, and you will be sensible that his luxury is much superior to that of many an Indian prince, the absolute master of the lives and liberties of a thousand naked savages. Compared indeed with the more extravagant luxury of the great, his accommodation must no doubt appear extremely simple and easy. And yet, it exceeds that of the chief of a savage nation in North America. Da ruft er denselben Armen, den er gerade erläutert hat, nicht wahr, dass sie den ganzen Reichtum der Gesellschaft erwirtschaften und dass sie trotzdem am wenigsten davon abbekommen zu, dass sie beim Vergleich im Hinblick auf die Verteilung des Reichtums sich doch bitte nach außen wenden sollen. Sie sollen sich nicht mit den Reichen in der eigenen Gesellschaft vergleichen, weil sie dabei ganz schlecht abschneiden, sondern sie sollen sich vergleichen, wir reden jetzt nicht darüber, ob das stimmt oder nicht, sie sollen sich vergleichen mit den Wilden, mit den nordamerikanischen Wilden und dann zu dem Schluss kommen, dass es ihnen sogar noch besser geht als einem Häuptling da selbst. Diskursanalytisch ist das überhaupt ein ziemlich spannendes Zitat, weil am Anfang sagt er noch Indian Prince, das heißt, da verwendet er die normale Politik, soziologisch-Politik-theoretische Nomenklatur der damaligen Zeit orientiert am Principe von Machiavelli, also der Herrscher, da ist auch noch der indianische Herrscher ein Herrscher, ein paar Sätze später ist es schon schief geworden, das passiert einfach so unter der Hand, aber gut, das sind so Nebengeschichten. Das ist aus meiner Sicht ein ganz zentrales Definitionskriterium von Rassismus, dass es insbesondere auch den unteren Schichten der Gesellschaft so etwas wie, Anja Weiß hat das in Anlehnung an Bourdieu rassistisches symbolisches Kapital genannt, so etwas wie rassistisches symbolisches Kapital zur Verfügung stellt. Sie haben kein ökonomisches Kapital, sie haben kein soziales Kapital, sie haben kein kulturelles Kapital, aber das ist etwas, was sie sozusagen einstreichen können und was ihnen erlaubt, sich der Gesellschaft, die sie ansonsten ja selbst intensiv diskriminiert, zuzurechnen. Rassismus ist eine Zurechnungsoption für Menschen, die in der Gesellschaft sonst intensiv diskriminiert werden. Das wäre so ein Nebensatz dazu. Was wiederum nicht heißt, dass das erstens nur eine Angelegenheit von Unterschichten sind und es geht überhaupt nicht gegen die Unterschichten, ganz im Gegenteil oder heute Morgen habe ich nur kurz Zeitung lesen können, weil ich hier durch die Museen rennen musste und an Prinz Eugen vorbei und all solchen. Wenn man noch kein Rassist war und nach Wien kommt, dann hat man es nicht leicht und beschadet wieder von dannen zu kommen. Also konnte ich nur kurz Zeitung lesen, aber ich habe gelesen, dass wie viel? Tausend in Spanien gegen die, von ganz alleine oder sowas, gegen die Monarchie demonstrieren? Zehntausende, oder? Vielleicht werden es auch noch mehr. Zehntausende. Ja, okay. Also die Volksmassen machen auch viele tolle Sachen, aber eben nicht nur. Meine zweite These, Knopf, drück, heißt, Rassismus ist älter als die von ihm konstruierten Rassen und hat sich historisch unterschiedlicher Muster der Diskriminierung bedient, die sich in Dualismen von Kultivierten und Barbaren, Menschen und Monstern, Reinen und Unreinen, Erwählten und Verdammten, Zivilisierten und Wilden, Weißen und Farbigen, Wertvollen und Minderwertigen niedergeschlagen haben. Wenn Sie das genauer nach, kannst du mal ein bisschen Werbung machen? Soll ich jetzt die Werbung machen? Nein, einfach hochhalten. Nur hochhalten. So weißt du wie immer, in diesen Talkshows. Ich mache das nebenbei, ich rede weiter. Ja, dann können Sie das in einem relativ schmalen Büchlein nachlesen, wo ich versucht habe, diese Konzeption zu entfalten. Ich gebe das auch durch. Weil ich nicht so viele Notizen reinmache, ist es nicht tragisch. Ja, du streichst nicht so viel an. Rassismus wird in diesem Band und nicht nur da von mir begriffen als ein Verhältnis von langer Dauer. Ich bin nicht der Meinung, dass Rassismus nur eine Erscheinung der Moderne ist, sondern gehe davon aus, dass Rassismus möglich ist. Das ist natürlich eine Hypothese, dass Rassismus möglicherweise eine Begleiterscheinung von Klassengesellschaften überhaupt ist. Diese Position war vor 20, 25 Jahren überhaupt noch kein bisschen mehrheitsfähig. Vor 20 bis 25 Jahren ist die Mehrheit der Rassismusforscherinnen und Rassismusforscher davon ausgegangen, dass Rassismus eine Erscheinung der Moderne ist, geheftet an Rassen, verbunden mit Rassen und deswegen ausgekocht in Europa und von dort ausgehend. Das hat sich gründlich verändert. Inzwischen nehmen die Stimmäußerungen von Forschern, die der Meinung sind, nein, wir müssen das in einer größeren historischen Perspektive untersuchen, ganz stark zu. Blöderweise betreiben sie aber ihre Forschung mit dem Rassenbegriff. Das heißt, sie nehmen den Begriff, der ein Begriff der Moderne ist und transportieren ihn in die Geschichte zurück und finden dann rassenähnliche Strukturen, Verhältnisse, Ideologien, Vorstellungen, Vorurteile eben auch schon in der Antike. Ein Beispiel, an dem Sie sich das genauer angucken könnten, wäre Ion Law. Ion Law ist Director of the Center for Ethnicity and Racism Studies an der University of Leeds, ein Autor, der viele wichtige Bücher zur Thematik veröffentlicht hat und weiter veröffentlicht und vor kurzem ein Lehrbuch vorgelegt hat, das intensiv genutzt wird im angelsächsischen Sprachraum mit dem Titel Racism and Ethnicity. Aus der Arbeit lese ich Ihnen einfach mal drei kurze Zitate vor. In den Zitaten geht es gewissermaßen um die lange Dauer von Rassismus, aber permanent wird sie begründet mit Worten wie Race und Racial. A general theory of race and racism requires a global approach. The social construction of racial identities should be understood as a global process being produced by many societies outside the West. The durability and pervasive nature of elements of race thinking over millennia started with xenophobia and ethnic hatred in antiquity. Also da haben wir genau diesen Zusammenhang von Rassen, angeblich rassenbasierten Feindschaften, die es zwischen Menschen gewissermaßen immer schon und überall gegeben haben soll, verbunden einerseits mit dem Rassenbegriff und andererseits mit Vorstellungen von Xenophobie und so weiter. Das Witzige daran ist, jetzt könnten wir auch wieder lachen oder wir müssten wahnsinnig viel, das ist übrigens ein Problem, wenn man nicht lacht, muss man in der Regel wahnsinnig viel arbeiten. Das heißt, man muss lesen, bis an das Lachen wirklich ernsthaft begehen könnte. In dem Fall müssten wir uns angucken, wo kommt denn dieser blöde Begriff überhaupt her. Der wird ja in der öffentlichen Diskussion ziemlich intensiv benutzt. Ich weiß nicht, in Österreich nehme ich an auf. Xenophobie ist ein Neologismus. Die alten Griechen kannten diesen Begriff nicht. Da gibt es den nicht. Man war nicht phobisch eingestellt gegenüber dem Xenos. Der Xenos war gleichzeitig der Gast und der Freund. Das war der Fremde, den man aufnahm. Das war nicht der Fremde, vor dem man Furcht hatte. Und die schönste Stelle, die ich kenne, an der man sich das dann doch schon wieder zum Lachen vor Augen führen kann, ist eine kurze Passage in der Ilias. Eine der ersten großen elementaren Auseinandersetzungen zwischen Ost und West, wenn man so will, um mal an Max Weber zu erinnern. Und da stehen zwei Recken auf dem Schlachtfeld und hauen aufeinander ein, bis plötzlich der eine zu dem anderen sagt, ich habe ihre Namen gerade irgendwie vergessen, hält einen Schlag und sagt, war nicht dein Vater der Xenos von meinem? Also der fremde Gastfreund sozusagen. Der andere denkt nach und sagt, du hast recht, es stimmt, beide kommen zu dem Ergebnis, so ein Mist. Jetzt, jetzt können wir nicht mehr miteinander kämpfen. Unsere Väter waren Xenoi und deswegen verpflichtet uns das, uns freundlich zueinander zu verhalten und nicht kriegerisch. Gott sei Dank ist dann die Schlussfolgerung, aber gibt es ja hier noch so viele andere wackere Helden, gegen die man mit Gewinn kämpfen kann, dann drehen sie sich um und jeder stürzt sich auf den Nächsten und so weiter und weiter geht es. Aber da finden sie die Begrifflichkeit von Xenos in, naja gut, jetzt nicht der klassischen Antike, sondern ein bisschen vorher bei Homer, voll entfaltet und das hat überhaupt nicht das Geringste zu tun mit dem, wie der Begriff heute verwendet wird. Was jetzt nichts heißt, aber was einen dazu bringen könnte, zu fragen, wie kommt denn diese Vorstellung zustande, wenn sie nicht in der Antike geboren wurde, dann ist sie womöglich nicht primordial, dann haftet sie den Menschen nicht immer an, wo Fremdes auftaucht. Das haben früher Soziobiologen gemacht oder Verhaltensforscher oder sowas. Ja, wenn dein Territorium bedroht wird von dem Nachbarhirsch, dann dann schwillt dir das Geweih an und du musst das einfach, du kannst nicht anders, die Natur zwingt dich, nicht wahr, dein Revier zu verteidigen. Das ist alles biologischer Unsinn und hat mit gesellschaftlichen Verhältnissen wenig zu tun. Also es ist jetzt lax ausgedrückt. Ich wäre gerne bereit, darüber Seminare zu machen und das ausführlich zu untersuchen und zu verteidigen. Das kann man auch seriös machen. Das war meine zweite These. Jetzt komme ich zur dritten. Wie alle rassistisch generierten Diskriminierungen sind Rassen soziale Konstruktionen, gehen deswegen nicht in Diskursen oder Ideologie auf und lassen sich nicht einfach als Vorurteile entlarven, sondern bleiben auch nach ihrer kritischen Analyse strukturelle und lebenswelsliche Realitäten. Das ist eine These, die ich mit aller Vorsicht formuliert habe und mit großem Bedauern. Aber ich denke, man muss den Verhältnissen ins Auge schauen. Die antirassistische Arbeit wird jedenfalls in Deutschland, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Österreich so viel anders ist, überwiegend als eine Arbeit gegen Vorurteile betrieben. Was ich ganz toll finde und ganz wichtig finde. Aber ich glaube, dass das vollständig unzureichend ist, weil wir es eben einfach nicht mit einem System von Vorurteilen zu tun haben, sondern mit gesellschaftlichen Verhältnissen. Die Problematik, mit der wir es da zu tun haben, versuche ich Ihnen zu erläutern am Beispiel von Robert Miles. Ich habe Robert Miles deswegen gewählt, weil er die deutschsprachige Diskussion zum Thema Rassismus ganz wesentlich beeinflusst hat. Und zwar einfach deswegen, weil eine Einführung von ihm zum Thema vom Argumentverlag übersetzt worden ist und man dann eben ein deutsches Einführungs- und Lehrbuch hatte, das intensiv benutzt wird. Und wenn Sie die Literatur angucken, deutschsprachige Literatur zum Thema Rassismus, finden Sie das, glaube ich, bis heute. Oder? Ja. Bei dir auch, oder? Ja. Ja, jetzt aber bei Fanny findet man jede Menge englisches Zeug und weiß der Teufel was, natürlich, logisch. Aber wie gesagt, er war sehr wichtig für die deutschsprachige Diskussion. Miles begreift Rassismus als Ideologie. Das Argument hat die Arbeit gerade wieder aufgelegt. Wenn Sie da reingucken, dann werden Sie sehen, für ihn ist Rassismus eine Form der Repräsentation des Anderen. Allerdings schon sehr früh heißt das auch Repräsentation des Anderen mit langer auch Repräsentation des Anderen. Es gibt unterschiedliche Diskriminierungsformen, die bei ihm unter das Label Rassismus als Ideologie fallen. Etwa gegenüber Juden, Muslimen, Iren, im kolonial-rassistischen Rahmen, dann später im Zusammenhang mit Migration und so weiter und so fort. Also Rassismus ist durchaus etwas, was er sich als ein Verhältnis von langer Dauer vorstellen kann, obwohl er seine eigene Analyse auf die Gegenwart konzentriert. Weiter sagt er, dass die Analyse des Rassismus nicht auf den europäischen Kolonialismus beschränkt werden darf und sich nicht nur gegen schwarze Menschen gerichtet hat und richtet. Das heißt, er fordert einen größeren Blickwinkel in der Diskussion. Das war zu der Zeit, als er das gemacht hat, er war in den 90er Jahren, so zwischen 93 und 99 Head of Department der Soziologen an der Glasgow Caledonian University. Da war die Diskussion in England eine Diskussion, die ganz stark fokussierte auf den Gegensatz von Schwarz und Weiß. und er begreift Miles Rassismus als Ideologie, die von Ausgrenzungspraktiken, wie er sich ausdrückt in der deutschen Übersetzung, unterschieden werden müsse. Ausgrenzungspraktiken können rassistisch motiviert sein, sagt er, aber sie müssen es nicht. Da sind wir bei einem Verhältnis, das häufig diskutiert wird unter den Labeln ideologischer Rassismus, struktureller Rassismus, wobei dabei immer ein sehr enger Zusammenhang hergestellt wird. Miles hat den engen Zusammenhang zumindest infrage gestellt. In der englischen Debatte hat er diese Position nicht durchhalten können und hat dann einfach, er beschreibt in einem späteren Interview auch mal seine eigene Position, zum Beispiel am Beispiel einer Einladung in die USA. Dort hat man ihn eingeladen, abgeholt am Flughafen und er sagt, da konnte ich schon sehen, wie mein Gegenüber gewissermaßen die Mimik gefror und zwar einfach deswegen, weil man nicht davon ausgegangen ist, dass er weiß ist. Also es war ein Problem, ihn als weißen Diskussionspartner plötzlich begreifen zu müssen. Er hat dann England verlassen, hat einen Job in den USA angenommen, ist heute an der University of North Carolina und hat sich, soweit ich weiß, seit 2000 zum Thema Rassismus nicht mehr geäußert. Auch das kann passieren. Was die Problematik anbelangt, mit der wir es da zu tun haben, kann man die sich vielleicht an einem kleinen Satz von, oder sind es zwei, drei, vier, vier kleine Sätze von Karl Marx klar machen. Der schreibt in Lohnarbeit und Kapital was ist ein N-Wort Negersklave, ein Mensch von der schwarzen Rasse, die eine Erklärung ist die andere wert, ein Neger ist ein Neger, in bestimmten Verhältnissen wird er erst zum Sklaven. Das Zitat ist nicht nur ein Problem, weil Karl Marx das in Lohnarbeit und Kapital formuliert hat, sondern weil es bis heute in Erläuterungen jetzt auch marxistischer oder gerade marxistischer Autoren dazu, was ein gesellschaftliches Verhältnis wäre, immer so zitiert wird und zwar in der Absicht, um uns klar zu machen, ein gesellschaftliches Verhältnis ist das Verhältnis der Sklaverei. Ein Sklave ist niemand von Natur aus, ein Sklave ist jemand nur innerhalb der Gesellschaft und aufgrund gesellschaftlicher Zustände. Die Rassenkategorie, die in diesem Zusammenhang genutzt wird und zwar von Marx in einer naturalistischen Art und Weise wird in diesem Zusammenhängen überhaupt nicht problematisiert. Worauf es ankäme wäre, aus meiner Perspektive zu begreifen oder zu erforschen, was es heißt, einer bestimmten Rasse zugeordnet zu werden und zwar in einem gesellschaftlichen Verhältnis. Rassenangehöriger ist jemand genauso wie jemand Sklave ist oder freier oder welche soziale Charaktere man immer auch aufgeherrscht bekommt. das ist nur deswegen nicht so leicht zu begreifen, weil der Siegeszug des Rassenbegriffes dazu geführt hat, dass nicht nur unsere Großeltern und Eltern und Freunde der Meinung sind, man könnte das aber doch irgendwie sehen, das heißt, dem naturalistischen Sog des Rassenbegriffes ist es nicht einfach, nicht wahr, eine soziologische Alternative entgegenzusetzen. Ich komme zu meiner letzten These, die ist jetzt auch nicht richtig um zu sagen, was meine ist, dass soziale Konstruktionen nicht in Diskursen kommen? Naja, ich finde, ich habe das eigentlich schon einigermaßen frech formuliert, oder? Ja, dass die Diskursanalyse nicht ausreicht, dass sie nicht nur im Bereich nicht wahr, kommunikativer sprachlicher, ich weiß nicht, wie vergleichbare Strukturen sind, wenn sie sich mit Rassismus auseinandersetzen. Wenn man, wenn man, Diskurse gehören auch zu den sozialen Verhältnissen, wenn man sich der Strukturen sozusagen entschlägt dabei, ja, wenn man sagt, okay, die Strukturen, die interessieren uns jetzt nicht so sehr. Das ist eine Frage, die nicht gelöst ist in der Rassismusforschung. Die Rassismusforschung ist bis heute keine paradigmatische Wissenschaft. Es gibt unendlich viele unterschiedliche Positionen und die Frage, ob es einen strukturellen Rassismus gibt oder nicht, die hat gerade oder schlägt gerade wieder wirklich richtig große Wellen in den, in einer Auseinandersetzung in den USA. Wichtige Aufsätze dazu können Sie in einer Zeitschrift, in welcher? In welcher? Ja. Englischen Zeitschrift? Ja, Race and... Nee, nicht Race and Class. Race and Modernity. Nein. Gleich habe ich es. Race and Ethnic Studies. Ich habe das Heft nicht parat. Ein, zwei Jahre liegt das zurück. Oh, das war erst 2013. Nachlesen. Eine Auseinandersetzung zwischen Joe Faggin auf der einen Seite und Michael Omi und Howard Winnend auf der anderen Seite. Omi Winnend, die ganz wesentliche Beiträge zur Analyse des Rassismus vorgelegt haben, bekommen da vorgeworfen, dass sie den strukturellen Dimensionen des Rassismus viel zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet hätten. Da kann man sich das ein bisschen angucken, wie das da diskutiert wird. Meine letzte These. Ist es nicht so, dass man die Diskussion nicht wichtig kann, weil es nicht die Menschen gibt, die Entscheidungen haben, beziehungsweise Macht haben und dadurch produzieren? Und das es geht ihrem Interesse, wenn man den Diskurs wirklich in sozialen Strukturen wichtig enttächt ist? Ja, ich glaube, dass das schon durchaus so ist, aber das muss noch nicht mal so sein. Sie binden jetzt das Problem an den Interessenbegriff. Ja, an den Interessenbegriff zu binden heißt aber auch, dass wir uns immer in irgendwelchen manipulativen Situationen befinden, wo Leute ein Interesse haben, dass sie eben versuchen, auf Teufel komm raus mit irgendwelchen Mitteln oder mit allen möglichen Mitteln durchzusetzen. Rassismus funktioniert aber wahrscheinlich nicht nur so. Also wenn Sie sich bestimmte rassistische Situationen anschauen, dann können Sie durchaus feststellen, dass manipuliert wird, dass Medien in Gang gesetzt werden, dass massenhaft Meinung produziert wird und so weiter. Aber es geht auch genauso gut umgekehrt, dass rassistische Bewegung von unten entsteht, dass das ohne Manipulation passiert, dass die Leute, die sich da in Bewegung setzen, wenig bis nichts zu gewinnen haben, außer dieses berühmte rassistische symbolische Kapital oder so was. Das kann man wiederum als der Manipulation von oben sehen, dass die Videoren sie nicht die Interesse sehen lassen und dann sie dann einfach weiter geschickt ja das kann man so machen und ich glaube auch dass das oft so ist aber ich gehe davon aus sonst würde Soziologie auch keinen richtigen Sinn machen dass soziales Verhalten in der Regel immer irgendwas mit Manipulation zu tun hat aber nicht im Kern manipuliert ist sondern Verhalten von Menschen aufgrund ihrer eigenen Entscheidungen Das macht es umso schlimmer und gerade deswegen aber lohnt es sich auch das zu untersuchen Sie nehmen gewissermaßen die sozialen handelnden Gruppierungen einzelnen Individuen und so weiter nicht so richtig ernst wenn Sie immer nur sagen okay denen hat man manipulativ ein falsches Bewusstsein verpasst denen hat man nicht erlaubt ihre eigentlichen Interessen zu sehen man hat mit allen Mitteln versucht das irgendwie mit Verblendungs zusammenhängen zu umstellen und so weiter das passiert alles das passiert ja nicht nur im Hinblick auf die Problematik Rassismus sondern im Hinblick auf viele Problematiken in unserer Gesellschaft aber letztlich treffen die schon ihre Entscheidung bewusst und aufgrund dieser Entscheidung handeln sie schreibt man die Entscheidung gibt wenn ich jetzt sehe aus einer weißen Position gesehen oder aus meiner jetzt dass man als weißer Mensch die Möglichkeit hat jederzeit auf eine Theologie und auf real existierende Struktur zurückzugreifen man trifft persönliche Entscheidungen innerhalb eines Rahmens innerhalb eines Rahmens in dem man sich entscheiden kann man kann jetzt zum Beispiel als weißer Mensch jederzeit auf die Struktur auf wirklich gelebte rassistische Struktur zurückgreifen man lebt diese Strukturen man lebt ihnen als schwarzer Mensch kann ich genauso entscheiden für mich persönlich zu wollen jemanden diskriminieren zu wollen aber ich habe die Macht nicht ich habe die Möglichkeit nicht um auf diese Diskriminierung zurückzugreifen und da ist schon etwas wo man sagt da gibt es einfach einen ganz klaren gewachsenen und real gelebten Unterschied bis heute und eine Macht gefällt ja aber sie reden jetzt über Strukturen da bin ich ganz auf ihrer seite sie reden jetzt nicht über Manipulation sondern das ist jetzt so habe ich das so gesagt daher kann das ja also das wäre jetzt ein bisschen hoch gegriffen ja ich habe nur gesagt wir sollten die einzelnen ernst nehmen als Menschen die ihre entscheidung selbst getroffen haben und nicht nur manipuliert worden sind das ist keine liberale Freiheitsrhetorik also wenn sie das meinen Entschuldigung ja gut aber da haben sie natürlich recht aber sie sprechen dann über Strukturen aber das wäre ja auch irgendwo auch die essentielle Frage wenn man sich jetzt fragt wie kann man die Realität insofern verändern dass Rassismus auf jeden Fall weniger virulent wird ja muss man sich fragen wo und sie setzen auch jetzt an bei in Anführungszeichen weißen Gesellschaften es gibt natürlich Gesellschaften in denen man auch als schwarzer Mensch Machtpositionen hat aus denen heraus man sich rassistisch verhalten kann weil sie globale Machtverhältnisse ansehen sind auch diese Gesellschaften innerhalb eines schwarzen Kontextes immer eingebunden in ein Machtverhältnis wo wieder weiße Menschen entscheiden umgekehrt das ist aber nicht so dass schwarze Menschen natürlich nicht gehört über weiß die Realität und weiße Menschen zu entscheiden weiße Menschen haben vielfach die Möglichkeit über die Realität schwarzer Menschen zu entscheiden da müssten wir jetzt vielleicht gemeinsam hinsetzen und an einem Beispiel diskutieren ob das nicht vielleicht ein bisschen hochgegriffene Rhetorik ist dass sie sagen ah das ist sie landen immer irgendwie beim unbewegten Beweger und das ist in ihrem Modell dann ein weißer aber es ist schwer meine Realität anders darzustellen als es sich mir darstellt wissen Sie was klar ich bin mir nicht ganz sicher also wenn wenn ich das als meine gelebte Realität dann gehe ich natürlich von dem aus aus und wenn sich tagtäglich das für mich so darstellt und sich das auch für mich bewahrheitet wenn ich mir in einem größeren Kontext das anschaue dann muss ich es auch so benennen ja das ist voll okay und das ist deswegen komme ich von der Position es gibt aber mehr habe ich auch genau das habe ich gesagt bitte ah ja ich meine er hat interveniert und ich interveniere also was ich gesagt habe ist prinzipiell die Vorstellung bei Rassismus prinzipiell gehe ich davon aus dass Rassismus ein System ist dass das weiße Vorherrschaft zementiert okay das ist meine das ist meine Wahrnehmung und das ist vielfach das ist als schwarzer Mensch vielfach in Räume gibt wo man wo man positioniert wird ja und zwar schon in einem System das weit bevor also in das man hineinwächst umgekehrt ist es aber nicht das könnte man in vielen Bereichen also ich stimme Ihnen zu für die Analyse vieler gegenwärtiger weltpolitischer Verhältnisse der erste Band übrigens in dieser Reihe die vorhin angesprochen worden ist der heißt Wages of Whiteness and Racist Symbolic Capital und der befasst sich genau mit diesem mit diesem Weisheitskomplex ich gehe nur davon aus dass das nicht ausreicht nicht dass das zentral ist aber dass das nicht ausreicht um Rassismus zu begreifen vielleicht wird das durch meine nächste These nein noch nicht doch 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 Hallo da bin ich jetzt gerade überfragt weiß sind Sie Ethnologe Sie haben das gelesen Sie haben das gelesen wo mehrere Bücher Franzosen die so jetzt diese Büchmen die sie getroffen ja aber ja aber ich meine jetzt sollten wenn Sie jetzt mal anfangen darüber nachzudenken worüber diese Franzosen geschrieben haben ihrer Meinung nach über Pygmen dann werden Sie wahrscheinlich schon auf Informationen stoßen die Sie an diesen Büchern zweifeln lassen gut seien Sie mir nicht böse wenn ich darauf jetzt nicht eingehe gut dann komme ich zu meiner vierten These obwohl Rassen soziale Tatsachen sind taugt ihr Begriff nicht als Grundlage kritischer Rassismus Analyse weshalb der Racial Turn der Critical Whiteness Forschung in die Irre führt eine Eternalisierung der Rassenkategorie nach sich zieht und zur Endhistorisierung oder gar Essentialisierung der Rassismus Forschung führt da sind wir jetzt vielleicht schon bei einem Thema an dem wir das genauer diskutieren können ich möchte Ihnen erläutern was ich mit dieser These meine auch wieder an einem Beispiel und zwar am Beispiel einer kleinen Arbeit die aber gerade deswegen weil sie vergleichsweise nicht so umfangreich ist und verspricht in 101 wichtigen Fragen sich mit dem Thema Rassismus zu befassen das ist eine Arbeit von Susan Arndt die im Beck Verlag erschienen ist heißt Rassismus die 101 wichtigsten Fragen da wird die Analyse von Rassismus auf den Rassenbegriff fixiert da wird dieser Rassenbegriff auch eingeengt auf den Gegensatz von weißen Rassisten und schwarzen Diskriminierten und da wird um diese Position aufrechterhalten zu können permanent die Geschichte umgeschrieben ich kann Ihnen das an mehreren aber ich erläutere es erstmal an einem Beispiel ich kann Ihnen das auch noch an anderen Beispielen erläutern auch Susan Arndt geht davon aus dass Rassismus ein Verhältnis von langer Dauer ist und diese Diskriminierung von schwarzen durch weiße hat da auch schon irgendwie in der Antike angefangen und unter anderem findet sie dafür einen Beleg bei Aristoteles der habe nämlich gesagt Zitat die Natur hat die Körper der Freien und der Sklavinnen verschieden ausgestattet ich hoffe Sie haben jetzt Lust an ein ganz klein bisschen Philologie dann könnten wir uns nämlich noch ein Zitat angucken da müsstest du nochmal auf diesen Knopf drücken nämlich das entsprechende Aristoteles Zitat das ist groß genug als dass man es lesen kann das ist die Begründung der Sklaverei durch und bei Aristoteles eines Verhältnisses das ich ganz und gar bereit bin als Rassismus zu bezeichnen das aber gerade nicht auf Körperlichkeit abstellt in diesem Zitat auf das Susan Arndt sich auch bezieht steht genau das Gegenteil dessen was sie schreibt da steht nämlich dass diejenigen welche so weit von anderen abstehen wie der Leib von der Seele und das Tier vom Menschen Sklaven von Natur aus wehren Sklave ist mithin derjenige welcher an der Vernunft nur so weit teil hat um ihre Gebote zu verstehen ohne sie zu besitzen das heißt wir sind im kulturellen Bereich wir sind im intellektuellen Bereich Sklaven sind unvollständige Menschen weil sie nicht vollständig über die Vernunft verfügen und jetzt geht's weiter und das ist bis dahin ist das ein Zitat das ganz häufig auch von Vertretern der Auffassung dass Rassismus etwas mit Rassen zu tun hätte und dass das schon in der Antike angefangen habe zitiert wird und der nächste Satz wird von Ihnen auch noch zitiert der heißt dann nämlich die Natur hat nun das Streben auch die Leiber der Freien und Sklaven verschieden zu bilden und dann ist aber Schluss mit dem Zitieren während es bei Aristoteles weitergeht die Kursivierung und der Fettdruck die sind jetzt von mir die sind nicht aus dem Original aber schreibt er unmittelbar anschließend tatsächlich tritt oft das Gegenteil ein nämlich dass manche nur die Leiber von freien Menschen haben das sind Sklaven in Wirklichkeit die aber echt gut dastehen und andere nur die Seelen denen der entsprechende Körper fehlt und dann erläutert er noch einmal was er meint denn eines ist doch wohl offenbar wenn auch nur wir sind im Konjunktiv der rein körperliche Unterschied so groß wäre wie zwischen den Götterbildern und der Menschengestalt so würden alle zugeben es ist aber nicht so so würden alle zugeben dass diejenigen Menschen welche in einem solchen gerade hinter anderen zurückstehen Sklaven dieser anderen zu sein verdienen also Aristoteles sagt ja die Natur versucht es aber sie ist im Hinblick auf rassistische Diskriminierung anderer das heißt auf unser Recht sie zu versklaven kein verlässlicher Bündnispartner sie kriegt es nicht hin wir können den anderen ihr angeblich natürliches Sklav sein gerade nicht nicht an ihrem Körper ablesen wir können das nur intellektuell begründen mit einem Kriterium das man eigentlich gar nicht sehen kann das heißt hier steht genau das Gegenteil dessen was uns erzählt wird damit könnte ich jetzt noch doch ein Beispiel noch haben sie noch Kraft für ein Beispiel das Beispiel ist allerdings religiös es geht um die Geschichte von Noahs Fluch es ist nicht nebensächlich weil diese Geschichte benutzt wird schon seit einer relativ frühen Zeit der Entwicklung der Sklaverei in Afrika zunächst im Übrigen einer von den Arabern entwickelten Sklaverei die ja aber in ihre Religion die alttestamentarischen Geschichten aufgenommen haben und dabei einen Mythos benutzt haben nämlich genau diesen Mythos von Noahs Fluch der bis ins 19. Jahrhundert dann auch in der europäischen Sklaverei und von Sklavenhaltern weltweit benutzt wird zur Legitimierung ihres Tuns es geht die Geschichte ist ganz einfach es geht darum dass will sie jemand von Ihnen erzählen aus dem Religionsunterricht gibt es nicht mehr die Bibel ist eines der wesentlichen Werke der sogenannten christlich abendländischen Kultur die sollten Sie sich mal angucken die ist voll mit üblen Geschichten diese Geschichte ist leider auch eine üble Geschichte also Noah wir sind nach der nach der Sintflut die sind alle wieder aus dem Kasten gesprungen und so weiter haben angefangen wieder Landwirtschaft zu betreiben es wächst auch schon Wein und ist auch schon gekeltert worden Noah liegt sturzbesoffen in seinem Zelt und zwar nackigt und die Geschichte heißt jetzt dass ich weiß gar nicht sein jüngster oder sein ältester Sohn wer ist ein Hamm von ihm er hat drei Söhne Japheth Sem und Hamm also jedenfalls dieser Hamm der geht in das Zelt hinein und heißt es in der Luther Übersetzung er sah seines Vaters Blöße wo sind sie jetzt in einem Freud Seminar oder er sah seines Vaters Blöße das heißt er sah mit Vater sein ist nicht so viel her oder und jetzt rennt er raus also das ist das das sollten sie nachlesen er rennt raus und erzählt das seinen Brüdern die Brüder sind völlig fertig ein Mythos wird zerstört nämlich der Mythos dieses väterlichen Zepters dieser väterlichen Herrschaft und 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 die Bibel sagt richtig sie wollen das wenn wir an sie glauben und sie verteidigen als sie beherrschten sie gehen rücklinks in das Zelt und decken ihres Vaters Blöße zu und jetzt verpetzen sie den Hamm auch noch und dann wird Hamm von seinem Vater Noah verflucht und zwar heißt der Fluch in der Bibel verflucht sei Kanaan und alle seine Nachkommen seien Sklaven ihrer Brüder immer jetzt nicht genau Oton also Hamm selbst wird gar nicht verflucht sondern Kanaan wird verflucht Kanaan ist ein Sohn von Hamm wir sind immer noch bei Freud oder er verflucht also nicht seinen eigenen Sohn sondern er verflucht ihn in seinen Nachkommen dieses ganze Herrschaftsding wird als eine patriarchalische Fortpflanzungsoper inszeniert und er sagt und dessen Nachkommen sollen auf ewig Sklaven sein diese Geschichte ist eine Geschichte die sich relativ leicht als Legitimations Geschichte da geht es schon um Interessen identifizieren lässt aber als Legitimations Geschichte der Besiedlung des Landes wo Milch und Honig fließt ja nämlich der Landnahme in Palästina damals Vulgo Kanaan die Kanaaniter lebten da und die Kanaaniter sind gewissermaßen die Nachkommen dieses Sohnes Kanaan das ist die ganze Bibel ist ja voll mit Genealogien wo immer erzählt wird welches Volk von welchem Sohn von welchem Altvater irgendwie abstammt so jetzt heißt es aber bei Susan Arndt da bin ich wieder beim Thema Ham geht etymologisch auf dunkel und heiß zurück dazu passt dass Ham und Kanaan als Stammväter vieler afrikanischer Kulturen gelten das heißt die Autorin will uns sagen schon damals schon in mythologischer Zeit als Noah nicht war diesen Fluch ausgestoßen hat hat er sich gegen Afrikaner gerichtet das ist falsch die einschlägige Forschung und die ist wirklich sehr gründlich und sehr umfangreich hat die etymologie des namens Ham hin und her gewälzt und kommt zu dem Ergebnis sie können das nachlesen bei David Goldenberg die Arbeit heißt The Curse of Ham das Ham nicht dunkel und heiß heißt sondern dass das erst später durch interessierte und jetzt sind wir aber bei Legitimatoren der Sklaverei so dargestellt worden wäre also es ist nicht der Ursprung dieses Namens der Fluch hat nichts mit Schwarzsein zu tun und Kanaan ist nun ausgerechnet von den Söhnen von Ham jetzt kommt wieder die Genealogie also der hat mehrere Söhne der eine gilt als Misraim gilt als Stammvater der Ägypter Put gilt als Stammvater der Libyan Kusch wenn es überhaupt richtig schwarz wird in der Bibel dann da das kann man an anderer Stelle sehen na egal dann da gilt als Stammvater der Sudanesen und Kanaan eben der einzige der nach späteren Kriterien der angeblich wissenschaftlichen Rassentheorie weiß gewesen wäre das wäre Kanaan gewesen also in den Überlegungen von Susan Arndt stimmt so gut wie nichts jedenfalls an dieser Stelle ich könnte jetzt noch weitermachen aber soll ich oder wollen wir aufhören und diskutieren nämlich zum Beispiel was jetzt aufhören aufhören Schluss aus ja leider ist auch nicht ein Drittel rausgegangen und dann sollen wenigstens die die jetzt so lange durchgehalten haben diskutieren bitte vielen herzlichen Dank erstmal bitte ja es sind erfreulicherweise ja immer noch sehr viele Menschen da ich werde versuchen das Ganze zu moderieren das heißt wenn jemand etwas beitragen möchte vielleicht kurz per Handzeichen Bescheid geben und ich rufe euch dann der Reihe nach auf würde die RednerInnenliste doppelt votieren also nach Geschlecht und erst RednerInnen vorziehen im allerbesten Fall schaffen wir so etwas wie eine Diskussion mehr als eine Frage-Antwort-Runde umzubekommen aber ich bin da recht zuversichtlich wer möchte denn genau ansonsten kannst du möchtest du gleich anfangen ja dann Pani du bist zu uns ich rede in den Rücken einfach ein bisschen gut also ich freue mich ja auch darüber dass du gekommen bist auch und vor allem deswegen weil in der deutschsprachigen Debatte ja tatsächlich weniger heutzutage auf einen strukturellen Rassismusbegriff eingehen oder Rassismus als gesellschaftliches Verhältnis fassen und vor allem den Klassenbegriff auslassen auch du machst das schon du gehst einen historisch gesättigten oder du stehst für einen historisch gesättigten weiten Rassismusbegriff der sich vor allem dann vergleichbar machen lässt auch wenn man sich die Funktionsweisen in klassenspezifischer Gesellschaft anschaut ich warte jetzt auf dem Dolm weißt du sitzt hinter mir der Dolm kommt ja bei mir eher weniger deswegen freue ich mich dann auch eher auf die Diskussion weil du hast ja dann tatsächlich jetzt auch geendet mit deiner letzten These wo man ja auch die Frage stellen kann so jetzt hast du einen weiten Rassismusbegriff du hast einige Vorwürfe die man machen könnte die das durchaus dann zu weit fassen ohne historische Sättigung ja eh selbst auch schon angesprochen aber endest ja auch mit etwas wo Critical Whiteness zum Beispiel sagen würde aha da geht es aber oft auch um strategische Essentialismen man macht sich auch es gibt hier auch unter Umständen widerständige Identifikationsgebiete und du mich würde jetzt interessieren wie das du einschätzen würdest wenn man der Analyse verpflichtet bleibt nämlich der Analyse das historisch auch zu untersuchen hier auch die Spezifitäten sich herausgreift bestimmte Machtverhältnisse sich anschaut wie dann genau solche strategischen Essentialismen in ihrer Form einzuschätzen sind eigentlich in ihrer Praxis oder wenn es dann so einen Überschwapp gibt von einer Strategie zu einer Theoretisierung und vielleicht gibt es da strategische Lücken also es gibt eine rhetorische Frage ein bisschen ich würde trotzdem vorschlagen dass wir noch ein bisschen sammeln und die Diskussion weiterführen lassen Dieter hat sich gemeldet ich habe auch eine historische Frage in zwei Wochen circa kommt der Silvia Federici auch hier ans Institut und sie hat eine Forschung gemacht zu Hexenverfolgung in Europa aber auch im Übersee und sie kommt ja aus der Tradition des italienischen feministischen Operalismus und sozusagen sie hat das sehr sehr stark und es würde mich jetzt interessieren wie es wieder zu stehen sozusagen das ist von der herrschenden Klasse damals Übergang Mittelalter zur Neuzeit sozusagen ein Herrschaftsprojekt mit bestimmten Strategien dazu seht ihr eben Hexenverfolgung und auch der Rassismus und zum Teil hat das dann auch ineinander gewirkt sozusagen die sozialen Kämpfe die es im Mittelalter gab die Verschlagung und Spaltungen Spaltungen zu verursachen ganz gezielt das ist ein sehr sozusagen funktionalistischer von Kapital her sondern intendierter Begriff von Rassismus würden Sie dem so zustimmen sozusagen jetzt Bezug nehmen auf Marx oder würden Sie eher stark machen dass Rassismus nochmal eine ganz starke Eignung für die es nicht nur mit dem Kapitalverhältnis gedacht werden weil sich niemand übersehen hat hat sich niemand ah ja wo sehen Sie mit dieser Analyse und diesen Thesen neue Hamburg die antifassistischen auch zurückgehend auch Adam Smith und die großen Philosophen das war wie Super So und Doc und dem berühmten Satz in der Beginnigen aus All America kann der Naturzustand irgendwie kritisch betrachtet werden oder ist er rassistisch zu sehen und soll abgeschafft werden das natürlich so bis jetzt du hast was rhetorisches gefragt sie hat was praktisches gefragt er hat was ganz anderes gefragt er hat was philosophisches gefragt oder wäre das doch vielleicht eine gute Mischung um eine eine Runde von dir einzuschieben nachdem auch jetzt gerade niemand sich gemeldet ich mache es mir jetzt ganz leicht ich verweise sie einfach auf ein wirklich wichtiges Buch in dem Zusammenhang das ist von Charles W. Mills und heißt The Racial Contract und der hat sich vor vielen Jahren schon intensiv mit der Konstruktion des Naturzustandes durch die europäischen Philosophen auseinandergesetzt und dieser Fiktion dieser Fiktion dass das Problem beim Naturzustand war ja dass die dass die einen Weg finden mussten um ihre Kritik an den feudalen Verhältnissen vorzutragen und um ihre Kritik an den feudalen Verhältnissen vorzutragen mussten sie für einen kurzen Moment ein unglaubliches intellektuelles Abenteuer eingehen sie mussten nämlich die Fiktion entwickeln dass es einmal einen Zustand gegeben haben muss in dem alle Menschen irgendwie gleich waren und niemand von Gott bevorzugt mit allem Land oder mit aller Macht oder sowas ausgestattet wurde das wie wir wissen das erste Kritik die daran vorgetragen worden ist ist dass das von Anfang an wenn die von allen Menschen sprachen ein Klassenvertrag war also sie meinten nicht Menschen ohne Eigentum sie meinten nicht die Unterschichten das kann man bei CB McPherson nachlesen wie heißt das die political theory of philosophy of possessive individualism da wird das intensiv diskutiert dass sie also alle Menschen heißt erstmal nur Bürger besitzende Menschen Menschen mit Eigentum das zweite ist dass das ein geschlechter vertrag das ein heimlicher geschlechter vertrag involviert war sie meinten auch keine Frauen und das dritte ist und da befasst sich eben Mills mit dass es auch ein Rassenvertrag war in Wirklichkeit sie meinten eben auch keine Menschen die zum Zeitpunkt zu dem die Vertragstheorie entwickelt wird schon als Rassen angesehen worden sind dazu gehört Locke der ja gut das muss ich jetzt nicht alles erzählen der kein Problem hatte Aktien im Sklavengeschäft zu haben der kein Problem damit hatte mitzuarbeiten an der Verfassung für eine amerikanische Kolonie wo festgeschrieben wird dass jeder Mann das Recht an seinen Sklaven hat und so weiter also während er in seinem in 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 der zweiten Abhandlung über die Regierung natürlich sagt es ist für den Menschen ganz unerträglich Sklave zu sein aber da meint er dann eben den weißen besitzenden Engländer die Vertragstheorie ist nicht ganz vom Tisch und insofern lohnt sich auch Charles Mills zu lesen weil er die Auseinandersetzung führt bis hin zur Debatte mit Rawls und da wird es dann aktuell und spannend den er eben auch genauso intensiv kritisiert wenn sie in dieses komische rote Buch das hier rumgeht reingucken dann werden sie feststellen dass ja dass es da einen Abschnitt gibt der heißt Geschlechter Rassismus ich gehe davon aus dass rassistische Verhältnisse nicht nur Außenverhältnisse sind also in der Regel sind das Außenverhältnisse sie sollen Gesellschaft zusammenhalten eine Gesellschaft von Ungleichen in denen es Ungleichheiten gibt zwischen Klassen Geschlechtern Geschlechtern jetzt im Hinblick auf Sex Geschlechtern im Hinblick auf Alter und so weiter und so fort aber gleichzeitig wirkt dieser Rassismus auch in die Gesellschaft hinein und es gibt viele rassistische Operationen die auch ins Innere der Gesellschaft gerichtet sind eine massive solche Operation war und man muss wahrscheinlich sagen ist die Eugenik also die Vorstellung dass es innerhalb der Gesellschaft minderwertiges Leben gibt das zumindest sich nicht fortpflanzen sollte oder vielleicht besser gar nicht existieren würde und eine andere Vorstellung ist sind sind prekäre Vergesellschaftungsformen die sich gerade bei der rassistisch bei der sexistischen Unterdrückung von Frauen immer wieder zeigt wir wollten das eigentlich morgen diskutieren aber ich meine ich kann den Zusammenhang den Zusammenhang haben sie gerade in ganz vielen Beispielen vorliegen oder in den USA hat irgendein Student mal wieder beschlossen Frauen wären keine vollwertigen Mitbürgerinnen und hat um sich geschossen dabei auch Männer getroffen aber er wollte Frauen töten wo ist das Urteil wo ist das Urteil habe ich vergessen wegen sexueller Vergehen Todesstrafe für eine sich ganz normal verhaltende Frau gerade heftig in der Diskussion und das dritte sind die Nachrichten aus der letzten Woche mit Bildern die erinnern an Bilder aus der Zeit des Lünching in den Vereinigten Staaten über die Vergewaltigung zweier indischer Mädchen die anschließend von ihren Vergewaltigern aufgehängt worden sind wobei da noch hinzukommt dass sie auch kastenmäßig diskriminiert waren weil sie nämlich Dalits früher hießen die die unberührbaren in der europäischen Widerspiegelung indischer Verhältnisse weil sie nämlich zu den Dalits gehörten wenn sie Gesellschaft betrachten dann ist Gesellschaft immer eine Veranstaltung in der wir versuchen nicht wahr uns von anderen abzuheben Gesellschaft ist eine Veranstaltung die unermüdlich Differenz produziert und das ist gut so aber sie finden in der Theorie einer ganzen Reihe von Stellen ganz wunderbare Ansatzpunkte um damit ins Reine zu kommen nehmen wir Rousseaus Abhandlung über die Ungleichheit da gibt es zwei Ungleichheitsformen von denen er spricht die erste ist er sagt ich kann es nicht genau erinnern wer am besten singen kann wer am besten tanzen kann wer am besten dies und das kann der wird dann von anderen gut angesehen und so entstand die Ungleichheit aber im Verlauf der Diskussion merkt mit dieser Ungleichheit merken die Lesenden mit dieser Ungleichheit kann man gut zurechtkommen fatal wird das Ganze wenn es sich mit Eigentum paart und mit Machtpositionen es gibt in den Schriften des frühen Marx Überlegungen die sagen warum wird denn immer die Differenz des anderen sozusagen als Grundlage von Konkurrenz gesehen oder sozial verfestigt warum kann ich nicht das was du besser kannst als ich nicht als Gefahr für mich sondern als Bereicherung begreifen oder umgekehrt wie müsste eine Gesellschaft aussehen die es uns erlaubt uns mit unseren wechselseitigen Differenzen als wechselseitige Bereicherung und nicht als Konkurrenz und Gefahr zu empfinden und so weiter und so fort also Differenz ist nicht das Problem jetzt tritt zur Differenz Diskriminierung hinzu die Diskriminierung der Frau die ist wirklich ziemlich alt patriarchalische Gesellschaften gibt es wie Sand am Meer und die soziale Rolle die Frauen oft zugeschrieben worden ist war selten besonders erfreulich aber und das ist jetzt der Punkt es war eine soziale Rolle das heißt man war Mitglied der Gesellschaft ein diskriminiertes Mitglied der Gesellschaft ohne Zweifel aber wenn man diese Rolle gespielt hat und wenn man in dieser Funktion nicht angetastet wurde dann konnte man als Frau jetzt soziale Kategorie in dieser Gesellschaft leben man gehörte dazu und dann gibt es immer wieder Punkte in der Geschichte wo wir sehen können dass diese Rolle angetastet wird dass plötzlich gesagt wird wir wollen das nicht mehr akzeptieren also dass diese Rollen sich als prekär erweisen da könnten wir wieder nach Indien gehen und sie könnten gucken wie die neuesten Zahlen aussehen die Zahlen die die ich habe die sind irgendwie bei 50 Millionen oder so was ich hoffe das stimmt in etwa dass es in Indien 50 Millionen Frauen die es statistisch geben müsste nicht gibt weil sie systematisch am Leben gehindert worden sind das ist eine Politik die in der Genozid Forschung unter dem Stichwort Ginozid Systematischer Frauenmord verhandelt wird da heißt das heißt es wird da wird Frauen gerade nicht erlaubt noch nicht mal ihre diskriminierte Rolle in der Gesellschaft anzunehmen und zu spielen und von da würde ich sagen ist das ein Punkt wo sozusagen der Sexismus in Rassismus umschlägt und sie behandelt werden als ob sie keine vollwertigen Menschen wären und als ob man ihnen entsprechende Achtung nicht entgegenbringen müsste und so etwas ähnliches denke ich kann man auch im Zusammenhang mit den europäischen Hexenprozessen diskutieren bloß A bin ich kein Hexenforscher das ist eine solide Wissenschaft und die wird vor allem dann solide wenn Leute hingehen und nicht mehr nur wie das noch vor 10-20 Jahren der Fall war auf einer ziemlich breiten Oberfläche diskutieren sondern wirklich in die Archive steigen und die einzelnen Hexenprozesse Akte für Akte durchgehen und fragen was da passiert und die Ergebnisse die wir da bis jetzt haben das kann sich ändern das ist noch viel zu wenig passiert die sind aber nicht die dass die herrschenden Klassen dieses Instrument permanent dass die das A überhaupt erst erfunden hätten und B dann permanent benutzt hätten um jetzt die Unterschichten irgendwie zu manipulieren sondern die Ergebnisse deuten darauf hin dass ganz viele Hexenprozesse überhaupt nur in Gang kam weil Verdächtigungen von den Unterschichten alltägliche Verdächtigungen von den Unterschichten ausgegangen sind da wurde nämlich gesagt die hat meine Kuh verhext oder das Huhn legt keine Eier mehr weil und so weiter das waren überwiegend sagt die Forschung heute das waren überwiegend Beschuldigungen wegen Schadenszauber und dann allerdings ergreift die Inquisition diese Beschuldigten und verändert die Beschuldigung da können sie dann sagen okay was passiert denn da jetzt und dann geht es nicht mehr um Schadenszauber und darum ob eine Kuh verhext wird sondern jetzt wird unter der Folter das Geständnis abgerungen der beschuldigten Personen die häufig aber längst nicht nur auch das ist unterschiedlich regional manchmal gibt es ganz viele Frauen die als Hexen beschuldigt werden und auch verurteilt werden in einzelnen Regionen gibt es aber sogar vergleichsweise viele Männer auch das muss man sich dann im Detail angucken die also jetzt der jetzt das Geständnis abgerungen wird jetzt geht es um einen Teufelsprozess dass sie mit dem Teufel im Bunde gewesen wäre dass der sie besucht hätte dass sie mit ihm Beischlaf gehabt hätte dass sie zum Hexensabbat jetzt wird eine Verschwörung des Satans mit den Hexen genannten Frauen konstruiert zum das hat womöglich etwas mit Interesse und Politik zu tun aber es ist eben nicht so dass das einfach von oben ausgeht und nach unten durchgereicht wird die Ursprünge sind ganz oft unten wenn da auch der Teufel keine Rolle spielt sondern einfach nur die Kuh der schlecht geht jetzt ist die Kommiliton außen ja ich finde was ihr mein ist beziehungsweise die so die Angst vor Pigmentalisierung was Professor Martin Werner der gerade von Kins College in Andel viel darüber geschrieben hat und bewiesen hat dass die europäische Segmentation die man bis zum Griechenland immer wieder verbringt ist eigentlich bis in Afrika dass man bewusst nicht erzählen will dass diese Zivilisation von Afrika kommt dass man immer bei dem Gegenland stehen bleibt das sind aber jetzt zwei Fragen oder ja naja gut einmal ist es ja also aber über die kulturelle Debatte da gibt es ja eine ältere massive Auseinandersetzung boah ich hab den Autor wieso weil ich alt werde hab den Namen des Autors vergessen er fällt mir gleich wieder ein Martin Bernal Black Athena Black Athena aber da haben sie ja die These in drei dicken Wänden dass in Wirklichkeit die mittelmeerische Kultur aus Ägypten kommt und dass sie schwarz war in ihren Anfängen gut da sind die Ägyptologen Martin Bernal ist von Haus aus weder Ägyptologe noch Sozialwissenschaftler als Naturwissenschaftler gewesen und hat sich dann angefangen mit dieser Problematik zu befassen und hat dann festgestellt wie das dann so passiert so ist ein Buch entstanden wie Orientalism und so eben auch Black Athena fand er es ungeheuerlich was da für Thesen vertreten werden welche Wahrheiten seiner Meinung nach unterdrückt werden und so weiter ja aber das ist ja okay aber das ist ein ganz klares Interesse natürlich eines Kulturrassismus der sagt Kultur kann nur von der weißen Rasse zustande gebracht werden also kann sie nicht aus Afrika kommen dieses Interesse gibt es und das können sie historisch an ganz ganz vielen Punkten verfolgen aber dazu gehört natürlich auch dass die Rassenwissenschaften zum Beispiel im 19. Jahrhundert das reine Gegenteil versucht haben es gibt einer der einer der berühmtesten Naturwissenschaftler dieser Zeit da sind wir dann auch wieder in Frankreich war Georges Cuvier und der hat alle Hebel in Bewegung gesetzt um nachzuweisen dass die alten Ägypter nicht schwarz waren sondern Mitglied der weißen Rasse und auf diese Art und Weise wollte er das Problem gelöst haben nicht nur der Gobineau okay aber aber ja aber Gobineau ist mir dem Zusammenhang obwohl er viel Schaden angerichtet hat ist mir dem Zusammenhang gewissermaßen egal weil der Gobineau wirklich so einfach aufs Korn zu nehmen ist das ist eine reaktionäre vergleichsweise dumme Ideologie aber Cuvier Cuviers Namen Gobineaus Namen steht nicht am Eiffelturm aber Cuviers Namen steht heute noch da sind ja die großen der französischen Kultur und Wissenschaftsgeschichte rundrum Philosophen Literaten Naturwissenschaftler und so weiter stehen ja da alle dran und er an ganz hervorragender Stelle und er gilt nach wie vor als einer der großen Gelehrten des 19. Jahrhunderts das heißt das ist einer wieder aus dieser Wissenschafts Community der weltweit Bedeutung hat und dessen Ideen weltweit rezipiert wurden und die bis heute gewissermaßen in ihrer Funktion für die Entwicklung rassistischer Ideologie nicht intensiv desabouiert worden sind das war jetzt nur ein Teil ihrer Frage wir haben zwei Meldungen drei jetzt ich würde die vielleicht wieder reinnehmen das war einmal der Kollege hier ganz hinten ja ganz verkürzt nicht ihr Menschsein aber ihre vollwertige Zugehörigkeit ja okay ja ich finde es gescheit was ist jetzt auf so viele andere nicht Menschsein auszuweiten und wenn man die Rasse wegfläst also es hat ein praktisches Hintergrund das war die Beschäftigung politischer Bildung Jugendlichen und da sind ja ganz viele Versuche in der Hand das vollwertige Menschsein irgendwie zuzuhören wenn jetzt jemand sagt also wenn kein praktisches Beispiel die Poaten wie sagt sie mag die Reserven soll ich jetzt sagen ja das ist rassistisch oder soll ich sagen naja warum das ist religiös oder was gendermäßig ist oder das Sprachstum und genau aus oder oder anderes praktisches Beispiel da bin ich fertig eine große Straße in Wien wo ich kurz in so einem Gebungszonen umgewandelt und manche Autofahrer fühlen sich rassistisch behandelt weil sie eben nicht aufkommen dürfen soll ich diese extreme Ausweitung des Begriffs zulassen oder wäre es nicht gescheiter Rassismus wirklich auf Rassen ob sie existieren oder nicht und so weiter zu begrenzen oder ist die Ausweitung gefährlich weil es dazu einlädt den Begriffen Begegefall ist anzureden und das ein Bündnis hat wir haben noch zwei Beiträge das war einmal hier der Kollegin Roth Ja aber seine Frage geht ja auch in diese Richtung ja das Elend eine dritte eine dritte würden wir noch dazunehmen das war hier ja zuerst möchte ich also was so viel von der Macht der reißen gesprochen wird einen ganz banalen Hinweis der mächtigste Mann jetzt in der Welt Barack Obama ist kein Reißen mal das aber ich will auch was anderes aus und das ist bei mir mir geht bei Ihnen bei Ihren Überlegungen der Sprache Rassismus nicht also wenn man schon von den alten Griechen redet das Wort Barbar kommt ja aus den Griechen und die Griechen haben damit nur den Laut einer der Sprache nachgeahmt die sie nicht verstehen bla bla und die super Antare haben heruntergeschaut warum weil sie selber keine Sprache gelernt haben die haben sich doch in Ürisch und noch eine Nachfolge weiter und in irgende Fall haben wir jetzt in den USA da lernt ja praktisch auch keiner mehr auch eine Fremdsprache von und wenn man mit einem Amerikaner spricht wird man umso mehr von ihm als Barbar angesehen je weniger man seit die Jungen wehrt und jetzt auch noch von den schwarzen Amerikanern das ist nicht zu glauben aber sie sehen aber ich möchte sagen es hängt nicht von der Hauptfarbe ab sondern von der Sprache aber nein aber nein ich habe doch die ganze Zeit gesagt dass ich nicht davon ausgehe dass Rassismus nur an Rassen gebunden ist und wenn sie sich die alten Griechen angucken es geht um den Begriff es geht natürlich um die Sklaverei die Legitimierung der Sklaverei aber auch auch Aristoteles operiert in diesem Zusammenhang mit dem Begriff des Barbaren aber wenn sie jetzt die Entwicklung des Barbaren Begriffes verfolgen vom altgriechischen Epos also von Hesiod Homer und so weiter der eine lebt der von dem anderen wissen wir nicht ist es eine Kunstfigur und so weiter bis hin zu Aristoteles da haben sie eine ganz lange Geschichte hinter sich dann stellen sie fest dass der Begriff ursprünglich ein ziemlich harmloser Begriff war für Leute die eine unverständliche Sprache sprachen in der Tat aber dabei ist es nicht geblieben und jetzt müsste man sich vielleicht mal intensiv mit der Umschreibung des Perser Bildes im alten Griechenland beschäftigen da können sie dann erst mal sehen dass Fremde mal wieder durchaus positiv dargestellt werden können dass man sehen kann oh die haben Kultur die sind hoch entwickelt die haben in einigen Sachen verfügen die über Kenntnisse die auf die wir noch gar nicht gekommen sind und so weiter und so fort das Perser Bild der alten Griechen war ursprünglich keineswegs negativ dann kommt diese das ist jetzt alles arg verkürzt diese ewige Auseinandersetzung und Rivalität dann kommen die Perser Kriege und dann geht es los und dann müsste man gucken wie in der griechischen Tragödie und dann von den griechischen Philosophen das Perser Bild systematisch verändert wird und wir dann plötzlich anstelle eines Volkes hoher Kultur plötzlich effeminierte Barbaren vor uns haben die es nicht verdienen mit den Griechen auf einer Stufe zu stehen da ist aber eine ganze Menge praktisch passiert also wieder viel Arbeit und ich weiß nicht was und das geht dann vielleicht auch in ihre Richtung Sie müssen in der konkreten antirassistischen Arbeit sich ganz sicher anders ausdrücken als ich mich im Seminar oder so einfach ist das ich kann Ihnen da eigentlich nicht weiterhelfen sondern Ihnen höchstens ein schlechtes Gewissen machen und sagen seien Sie so vorsichtig wie möglich mit vorschnellen Urteilen und Rezepten versuchen Sie lieber die Menschen mit denen Sie da arbeiten dazu zu bringen dass Sie nachfragen dass Sie versuchen den Problem auf den Grund zu gehen und auf diese Art und Weise weiterzukommen und sich nicht vorschnell mit irgendwelchen Rezepten wie man die Sache vielleicht aus der Welt schaffen könnte begnügen dass ich das sagen würde nein das ist Ihnen auch ohne mich klar ja also ja aber natürlich aber dann frage ich mich aber gut Sie wollen mich jetzt mit diesem Autofahrer provozieren ich meine der passt nicht in meine Überlegungen nein was ich damit meine meine Rollstuhl was ich damit sagen wollte ist wenn wir den Krieg so erweitern und wenn ich gerade Menschen die nichts sind sondern nur Autofahrer sind die dann nicht glauben dann können sie nach sich selber verändern aber dass sie in der politischen Auseinandersetzung in der ideologischen Auseinandersetzung sich die Leute gegenseitig irgendwelche ja und dass sie sich Faschist nennen und Rassist nennen und Sexist nennen und ich weiß nicht was nennen irgendwas von dem sie denken dass der andere betroffen sein wird das ist ja nun relativ häufig ohne dass es irgendwie einen theoretischen Konnex hat oder ja und deswegen wird die Theorie nicht entwertet und auch nicht die Überlegung der Ausdehnung der Theorie wenn sie theoretisch sagen dass Rassismus mehr als ein Vorurteil ist dass Rassismus was mit sozialen Strukturen zu tun hat mit ökonomischen und politischen Machtverhältnissen zu tun hat und so weiter dann kann es mit seiner Bekämpfung nicht getan sein nicht wahr wenn man sagt oh boah das System der Vorurteile dass Rassismus angeblich ist mit dem kann es ja gar nicht mehr so weit her sein weil ja Obama Präsident der USA ist er ist eine Post-Race Position ja er sagt ey das Problem ist längst gelöst das ist es nicht wie wir wissen sämtliche Sozialdaten der USA sprechen alle dafür dass Rassismus massiv vorhanden ist das geht nicht wahr bei der Lebenserwartung los bei Krankheit bei Aufenthalt im Gefängnis beim Bildungsgrad bei den Möglichkeiten bestimmte Wohngebiete zu beziehen zu beziehen und hört überhaupt nicht auf also leben wir in einer zutiefst rassistisch strukturierten Gesellschaft völlig unabhängig davon wer da gerade Präsident ist das wollte ich auch nicht sagen das wollte ich auch nicht sagen dass der Rassismus nicht herrscht nur ich wollte sagen es können dann auch also Leute von also peorativ behandelten Rassen die größte Macht haben das wollte ich sagen naja ob jetzt gerade die Realität anderer schwarzen Menschen zu verbessern wir würden das Zielgespräch würde ich gerne abdrehen es ist jetzt umschrieben es ist jetzt acht Minuten nach acht wir hatten eigentlich vorgehabt so ungefähr bis acht hier zu bleiben ich weiß nicht wie groß das Bedürfnis ist einerseits nach weiterer Diskussion andererseits vielleicht nach Frischluft ich habe gerade zuerst die beiden spannenden Fragen die von Fanny und von Anna wir haben gerade noch nicht beantwortet die im Moment sagen uns auch okay es sind Kritikpunkte die haben den Vortrag irgendwie hier angelossen haben und ich fände es spannend das noch zu machen und die ich verstanden habe ich habe offenbar Meldungen übersehen die in dem Teil des Raubes vielleicht waren hat irgendjemand aufgezeigt ich habe die Person übersehen dann bitte jetzt einfach nochmal aufzeigen nein dann wir sozusagen das insistieren auf die Frage nach den ja ich habe das überhaupt nicht als Kritik an meinem vielleicht ich auch nicht als an meinem an meinem Vortrag ja aber mein Vortrag bezieht sich auf historische Rassismusforschung und auf die Frage wie wir da paradigmatisch arbeiten können ob wir dabei an den Rassenbegriff gebunden bleiben sollen oder nicht und der Transfer theoretischer Diskussionen in praktische politische Arbeit ist immer hochkomplex und ich weigere mich einfach aufgrund so einer Debatte wie ich über die ich heute geredet habe dann müsste ich über was anderes reden bevor wir dann so diskutieren könnten jetzt praktische daraus praktische Schlüsse ziehen zu müssen das geht gar nicht da gibt es eine ganze Reihe von Versatzstücken dazwischen wie komme ich nicht wahr von der theoretischen Diskussion zu einer praktischen politischen Arbeit und in Wirklichkeit wenn sie praktische politische Arbeit machen dann wissen sie das auch dass sie ganz oft nicht wahr mit nicht ganz theoretisch abgesicherten Argumenten arbeiten müssen aber das muss ja nicht unbedingt der Theorie Praxis nächst zu sein es kann ja auch einfach nur die Frage sein wie ist Widerstand von der rassistischen Widerstand in ihrer Rassismus Theorie denkbar insbesondere wenn man davon ausgeht dass Rassismus ein dominanz kulturelles Phänomen ist das auch von einer breiten Gesellschaft gekauft wird die und so haben sie glaube ich argumentiert das war kein Effekt so haben sie argumentiert dass auch untere Schichten unterer Kassen einen bestimmten Vorteil davon haben wenn sie einem rassistischen Weltbild folgen oder einem rassistischen Diskurs folgen das heißt die Frage ist schon wie kommt es dazu dass diese Gruppen in einem tierattisierten Gesellschaftssystem widerständig werden antikrassistisch agieren können in Wirklichkeit wissen sie was sie mir für eine Frage stellen oder wenn wir die versuchen historisch aufzuschlüsseln dann finden wir ganz viele Beispiele in denen es solche Formierungen von Widerstand gibt und wir finden ganz viele Beispiele in denen das nicht passiert und es fehlt eine vergleichende Literatur ich sag nochmal weil Rassismusforschung etwas ist was viel zu wenig betrieben wird wo es viel zu wenig Gelder gibt und so weiter die uns auch nur annähernd Auskunft darüber geben würde wann was warum passiert was klar ist aus meiner Perspektive aber das ist eine Hypothese erst mal dass man antirassistische Arbeit mit sozialer Arbeit verbinden muss dass man die soziale Frage und die Problematik des Rassismus ganz eng miteinander koppeln muss und dass man dann dann können sie auch aber das sind alles nur so hypothetische Schritte dass man auch zum Beispiel versuchen muss Institutionen die von Haus aus jedenfalls für sich beanspruchen sich mit der sozialen Frage zu befassen dass man die dafür gewinnen muss und versuchen muss ihnen klar zu machen wie wichtig antirassistische Arbeit ist und was sie mit der eigenen Aufgabenstellung dieser Institutionen zu tun hat ich weiß es nicht wie es zum Beispiel ist mit der antirassistischen mit der Unterstützung antirassistischer Arbeit in Österreich durch die Gewerkschaften wie stark in gewerkschaftlicher Jugendbildung diese antirassistische Arbeit verankert ist wie viel Geld dafür zur Verfügung gestellt wird in der Bundesrepublik ist das alles viel zu wenig zum Teil deswegen weil die Gewerkschaften halt denken sie hätten gerade wirklich ganz andere Aufgaben zu lösen das Ganze könnte man auch in den Parteien weiter verfolgen und so weiter und so fort also da wäre schon eine Menge an konkreter politischer jetzt sind sie nicht bei der direkten antirassistischen Arbeit sondern bei der Entwicklung von Netzwerken und so weiter und da sind wir uns wahrscheinlich alle einig dass das alles noch eher im Argen liegt als dass es schon gut entwickelt wäre das wäre so ein ein Punkt aber ich meine der fällt mir jetzt nicht gerade ein und ist nicht besonders pfiffig auf die Ideen sind sie alle schon selbst gekommen oder und zwar kommt man auf die Idee auch ohne Theorie und ohne darüber nachzudenken ob Rassismus etwas mit dem rassistisch symbolischen Kapital zu tun haben könnte das womöglich Unterschichten wenn sie sich so verhalten generieren können das ist eben leider irgendwie nicht so direkt miteinander gekommen ich glaube es wäre gut wenn wir das jetzt hier an der Stelle beschließen ja wir kommen wahrscheinlich auch nicht weiter ich weiß nicht es wird wirklich die Möglichkeit geben das bilateral zu klären oder in kleineren Runden ich bedanke mich ganz herzlich für alle die sich hier beteiligt haben gekommen und sich diskutiert haben ganz besonders bei Wulff für seinen Vortrag und hoffe es hat ein bisschen zur Klärung von ein paar Fragen beigetragen Vielen Dank für die Diskussion